Herzlich Willkommen zu Fortnite 5050 mit Kunran und Alex. Alter muss aufs Dach landen hier, Doppel Dach. Ihr bist schon mal. Jo Jo Jo. Hallo. Ich komm überall zu spät an. Ok Kunran hat das Doppel Dach. Ok das passt. Ok. Ja, Fortnite 5050, Alex und Kunran mit dabei wie immer. Bla bla bla. Wir machen richtig Action Jackson. Hier drüben ist einer drin. Definieren sie drüben. Bei mir. Ich hab Millionen von der Munition aber keine Waffe. Fuck. Ich will da nicht alleine rein sonst verreck ich. Ich hab den schon zweimal angeschossen. Ok ich bin on the road again. Spieltank feg ich mir rein den gönne ich mir. So Party People. Wo geht die Party ab? Hier wird geschossen. Bei mir. Ich hab einen. Wir wollen nie sterben. Ich hab keine Waffe. Der kommt zu mir. Droppt welche. Ok. Den hab ich down. Ich hab gefilte 300 Schuss Munition aber nicht eine Waffe. Dauer erst liegen da. Hier war allerdings auch noch ein Kerl. Also ich hab eine Frau erschossen. Ja 100 Schuss. Nee das nicht. Komm mal. Wie sieht's denn heute hier aus? Da sieht's aber gut aus guck mal. Hier Leute aber nur ne. Die sind alle so im Kreisen als ob sie sich verteidigen. Ja da wird geschossen auf jeden Fall. Ja guck mal da rennen auch alle in eine Richtung. So also wie da ist der Feind. In unsere Richtung laufen die oder? Da wo sie jetzt stehen ja. Die Kiste ist hier oben noch drin. Ja holt der gerade. Hier in dem Haus. Da ist einer schon als Busch verkleidet. Sieht aber gut aus guck mal sonst hier schießt keiner. Da oben gehen. Handgranate von dem Maid explodiert da. Mit dem gerade die. Oh lol. Der hat mit der Handgranate gerade die Kiste gesprengt. Kanale zum Trollen. Small Legs. Kleinbaum. Ja ich sag von Retail Row kommen dann noch welche. Da sehen wir jetzt gerade zwar nichts. Hier wird noch was sein. Die kommen noch. Braucht Munition. Habt ihr AR? 22. Alex du hast 102 Munition. Ich hab nur Munition gefunden gerade ja. Ich hab auch 100. Hier im Haus vor mir. Ja gesehen. Ist rechts raus. Ist voll Schild. Pass auf. Er hat 4 Schildtreffer gefunden. Ist schon down. Ich hab ihm auch noch einen mitgegeben. Hier. Schilddinger. Hier ist Schild für dich Kunde an. Oder Munition. Ja nimm du das Schild. Ja nimm dann trotzdem das Schild nehmen. Schluss. Hab ich nicht gehört. Oder war es wieder. Okay. Was ist das für ein Objekt. Was ist das für ein Objekt. Das ist wenn du irgendwann auch. Also es ist beim Aufheben von was Bestimmten. Es ist auf jeden Fall immer nur in der Nähe. Wenn du halt einen Gegner gekillt hast. Das kommt immer nur dann. Komisch ne. Da geht es hier mit Munition über. Ja ich drop. Hier. Danke. Guck mal da kommen aber auch alle raus. Wobei. Das stimmt was oder? Ja dann werden. Also hier so hoch. Es liegt nicht alle Leute werden sich darauf einigen ganz am Ende auszusteigen. Die müssen ja tomato tauschen gewonnen haben. Lass einfach den Norden so hochlaufen. Das ist hier Richtung Gasti und dann. Ja. Also einfach am Rand lang halt. Wir spielen das Spiel voll falsch. Eigentlich sollten wir mit der Gruppe gehen. Nein. Wir sind ein einzelne Squad. Genau. Außer können die uns ja auch verfolgen ja. Jetzt gibt uns mal wen hier. Also sterben gerade Leute von uns. Omar hat gerade Leute gekillt. Aber wo? Das sollte sieht so ein bisschen aus. Weil die da alle reingucken. Die zwei da. Guck mal. Von Turm Maitaton kommen auch noch welche runter. Einer ne? Ne ein paar. Ja so. Ja so vereinzelt. Das ist der Depot. Komm. Hier ist nix. Hier könnten Gegner sein. Oder hier war keiner. Hier war gar keiner. Das die Depot ist aber in drei Sekunden gelootet. Sehen wir ob die Kisten da sind ne. Ob die Ende war. Ja die können. Schon so weit geschossen aber es ist egal. Können ja auch schon in der Zone sein. Ja. Ja Küste ist gelootet. Ja hier auch. Weiter nach Nordwesten da? Na so hier oben ja. Unterm Loot Lake. Ja wir sind zu weit weg. Unterm Loot Lake sollte man lang laufen. Wir finden jetzt schon noch wen. Schau mal die verfolgen uns die beiden. So wo sind sie denn? Hier ist eigentlich auch. Hier wechselt auf Schottie und so ne. Ich nicht. Und jetzt. So ne. Hier auf jeden Fall Loot Lake waren. Auf jeden Fall welche. Keine von uns. Weil wir sehen ja niemanden auf der Map. Unten am Baum. Ja. Hat grad gefällt ne. Rechts davon. Ganz schön. Von mir auch einen. Haben wir. Das werden mehr sein. Ja die sind hier nach links gelaufen. Die könnten alle links sein. Ist halt die anderen ne. Und einer von euch stehen am Baum. Ja mach ich. Wurde auf jeden Fall grad geschlossen. Äh. Zwei im Wasser. Linke Seite der Insel. Die müssen zu uns kommen. Einer davon hat ein Schild. Ich seh die nicht. Ach da hinten noch. Einer hat ein Hit. 100 hat ein Hit. 50. Hab ich. Ja der ist ultra low gewesen. Ich hab dem 35er und 70er Hit gegeben. Da schieß einer auf mich. Von der Insel. Ne. Öle. Oben im Haus. Ja. Unten im. Jo was war das? Im Eingang. Im Eingang steht der im Haus. Was ist das denn? Da sind noch ganz viele. Er rennt in die Höhle um zu retten. Ja der rettet. Ah fuck. Ja der ist weg. Die sind noch drin in der Zune. Wir können die halt da belagern ne. Jetzt hab ich ein Tier bekommen gerade. Oben im Haus noch. Da wo kaputte Wand ist. Der hat ein Hit gekriegt. Schöner Hit. Okay jetzt in der Höhle noch. Das war wieder ein 150er. Ja die müssen ja da raus. Da gibt es keinen anderen Ausgang oder? Das ist schon richtig. Aber. Ja einer ist gedowned. Einer noch. Unten. Ja. Ich kömere mich drum. Er hebt den auf. Ja schieß weiter wer auch immer das ist. Ja schön weiter ablenken. Ah ist wieder reingegangen. Tief in die Höhle. Ja ich seh. Er hat mich auch gesehen. Oh Gott Alu Vorsicht. Ist er neben geschossen? Ich weiß er hat natürlich noch volle Schild. Unglaublich ey. Ist wieder reingeschwungen in die Höhle. Ja ja. Tone kommt gleich in 30. Wir sind gleich da da. Ich werde beschlossen von woanders. Habt ihr die? Ja. So tief hier? Ah scheiße. Ich darf ja nicht looten. Ich bin schon irgendwo anders noch gerade beschossen. Ah nicht. Wir müssen natürlich ganz darüber. Das ist natürlich geil. Oh shit. Das gibt es dem. Neun gegnern. Oh Gott. Wir finden sogar sterben. Nein die zone ist ja hier nicht spielabhängig. Die erste zone? Die zweite. Wir lüften ja durch Wasser. Ah ich hab nix mehr zum bauen. Na überleben können wir es schon noch ne? Stumpf laufen. Hier hol die zu. Äh guck mal muss ich heilen. Ja ich bin schon dabei. Ich hab nur noch zwei Bandagen. Ich hab die zone sogar eingeholt. Irgendwie hast du das gemacht. Fuck ich überleb's nicht. Autsch. Wir werden Kunran verlieren. Obwohl er kann doch kriechen ewig weit. Ja. Dass er wieder 100 leben. Komm schon. Ich kann dich einmal. Lass dich down gehen. Egal was passiert. Kannst du hier noch reinkriechen? Oh die sind. Drei Gegner noch. Es wird leider enden. Aber wir hatten den salty Salt Lake Action da. Ich will nicht sterben. Dann gucken wir uns Kunran an. Ja der 50-50 Spielmodus ist ne geile Idee. Aber an sich würde ich auch sagen ist es gut, dass das jetzt erstmal so getestet wurde. Ich bin gespannt wie die Änderungen sein werden. Ich hoffe auch, dass der Part euch noch gefallen hat. Ich würde mich trotzdem sehen über euren Support von. Lasst ein Like da. Auch gerne bei Kunran und Alex. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielleicht gibt es schon einen neuen Spielmodus. Und dann sehe ich euch sonst beim normalen Fortnite BR. Bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.